Mein Pferd! Mein Pferd! Bitte jammer jetzt. Guck noch mal, dass wir da stehen. Ja, meine Frau, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Was denn schön? Die Blumen war oben. Die Drittel hatte er doch oben gefangen. Ja, der hat den Torwart eingeschickt. Ja, der hat den Torwart eingeschickt. Ja, das war der, der weite. Ja, das ist der Blühmessich-Stücke. Vielen Dank.